Herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge von meinem Minecraft-Projekt. Ja, heute ist mal was am Start, was letzte Folge eigentlich auch am Start sein sollte. Nämlich ein Jader. Wer es nicht kennt, damit sieht es halt so aus, wie es jetzt gerade aussieht. Ohne Shader sieht es halt so aus, wie in der letzten Folge. Und ja, ich lege mich mal ins Bett. Also ich habe schon ein bisschen weitergearbeitet, denn das hier soll eigentlich ein Kurzprojekt sein. Und ja, deswegen habe ich Offscreen ein bisschen weitergearbeitet. Und hier ist meine Frau übrigens. Traurig, dass sie nichts im Winter hat. Ja, ich habe auch schon was vorbereitet, was wir heute machen werden. Aber, ja, hier hat sich also nichts verändert. Außer die Zuckerrohrfarm. Und da, warte. Und, ja, ich habe nur ein Kind gezüchtet. Also, da ist dieser Edgar. Und, ja. Ja. Seht ihr den? Der ist ein bisschen klein geworden. Muss man mal sagen. Ich habe denen auch extra ein Haus gebaut. Damit ich ihn auch sehen kann. Hier. 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 Wartet kurz. Kann man darauf nicht schreiben? Okay. Hä? Achso. Hier. 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 Wohnt. Ähm, okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier. Wohnt. Ich hoffe, wohnt ist richtig geschrieben. A, J, minus L, B. Ja. So. Erstmal die... Das hier kommt weg. Dann kommen... Tier in Rüstungsständer hin. Ja. Aber ich glaube, äh... Oder... Ne, jetzt gerade geht's. Das sage ich meistens, sondern... Nun kackt meine Aufnahme ab. Okay. Erstens hier. So. So. Hier können wir uns draufsetzen. Eigentlich wollte ich noch Teller craften, aber dafür hatte ich nicht genug Ressourcen. Ja. Jetzt gucke ich einfach... Hier mache ich noch eine Frame Chest hin. So. So. Okay. Ich habe jetzt einfach mal Kissen ausgetauscht. Übrigens, ich muss auch meinen, äh... kleinen Sohn... wiederbeleben. Denn der ist... unter der Folge von uns gegangen. Ja. Ist jetzt nicht so tragisch, mein Scherz. Ich tue da jetzt mal kaputte Schaufel rein. Ja. Ich tue da jetzt mal Sachen rein. Essen... Hält sich ja gut in Schränken, habe ich gehört. Ähm, ein Schrank in einen Schrank sollte man nicht... Ja. Sag ich nix setzen. Ja. Sag ich nix setzen. Das möchte ich noch haben. Ja, wieso Kisten? Ja. Wieso sollte man auch Kisten benutzen? Puh. Wenn man Regale hat, die sehr unnützlich sind. Die halt auch ziemlich schwierig, nicht in Real Life wahrscheinlich dranzukommen sind. Aber... Ich hab halt Kisten nicht nötig. Puh. Einen Scherz. So. Ja. Ist doch schön. Ja. Ist doch schön. Ja. Also ich find's schön. Also wir gucken... Wartet Leute. Ich mach hier den Shader raus. Das ist... Zu schlimm für die Aufnahme, Alter. Was laber ich hier? Ich bin auch so schlimm für die Aufnahme, wisst ihr? Und wie geht's euch? Kannst du... Ja, endlich. Ich... Ich nehm jetzt einfach ein Schwert mit. Äh, nicht die Picke. Die Picke. Und... ein bisschen essen. Und jetzt... guck ich mir mal deren Bug an. Bug an. Ja, ich guck mir deren Bug an. Auf jeden Fall. No? Aller Schwede. Na gut, ich wusste, dass die nur Rüstung haben, aber... Wieso komm ich da nicht durch? Ich will da durch. Hallo? 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 Ich komm da nicht durch. Nein, ich komm da nicht durch. Wieso komm ich da nicht durch? Seht ihr das? Wer die ganze Zeit... Ich renne jetzt dagegen. Alter, ich wurde grad nach hinten geschubst. Hä? Was ist da los? Und was ist mit dir los? Ich kann das auch nicht abbauen. Wieso kann ich das nicht abbauen? Hört ihr das? Ich kann das nicht abbauen. Hm. Mit dem möchte ich mich jetzt auch nicht anlegen. Und mit nem Holzschwert möchte ich eher weniger... so nem... auf jeden Fall so nem... auf jeden Fall... so nem Typen... gegenüberstehen. Ich guck mal. Ich könnte dir einfach jetzt... Dino... Sachen ausziehen. Danke, Alter. Nicht... Nein, Scherz. Das ist jetzt auch kein Roleplay. Einfach jemanden die Sachen auszuziehen. Ich... Ich fäll jetzt euer Baum. Gehst du irgendwas auf dem Baum? Bevor ich den fäll? Welcher Reit hat dann nen Hebel platziert? Ich seh den doch. Wer platziert auf nem Baum nen Hebel? Hebel? Wie fühlst du der Hebel? Ähm... Ja. Cool. Ähh... Shell... Ich wurde... Nach unten gestoßen. ich kann es immer noch nicht abbauen was willst du irgendwann tötet ich dich noch weißt du versuch noch mal dadurch okay dafür war wahrscheinlich auf der Hebel und geht's klatsch ich dich weg alter ich will eine Rüstung haben okay so war er jetzt so easy ja ich sie einfach mal so ein bisschen an easy wenn du auch so easy bist auf jeden fall okay leute ich